Die ganze Welt sieht so aus. Löcher mit Dörfern dazwischen, in der Mitte meine Schaukel und die Züge. Es sind Kohlezüge. Wo er lebte, wollte er sich auch einbringen. Der musste ja nicht essen, der musste auch nicht trinken, der musste auch nicht rohen. Wo ich, wie lange willst du das noch so durchhalten? Ich glaube, dass er auf dem Bagger ganz viele Ideen hatte. Im Nebenberuf sind sie Baggerführer und singen von der Grünen Armee. Keine Probleme damit? Doch. Frag mich nicht, wie, frag mich nicht, wann es doch nur liegt. Wie ja so war, also gleich ans Werk und gleich los. Ich habe sieben Jahre mit der Stadtsicherheit kooperiert und dann haben sie mich sieben Jahre operiert. Ja, so war es. Und machen wir jetzt Musik. Gerhard wollte die Welt verändern. Ich mache meinen Frieden mit dir, du großer Gott. Ich nehme, was du mir bieten kannst. Leben oder Tod. Ich will mich nicht mehr drängen. Und will mich nicht verpissen. Und wer mich angeschissen hat, will ich auch nicht mehr wissen. So fülle meinen Becher. Ich trinke ein bisschen Eiger. Gib mir schon mein Kreuz. Oder eine Geige. Ich� Gerhard will mich nicht mehr dringend. Bei mir ist doch Hendsch die Welt. Denn er gibt mir, wie, frag mich nicht mehr dringend. Untert queren Tod wird dich Stress kommen. Und er ist doch nicht mehr dringend. Ich Increología, wenn ich dringend bist. Und das gibt mir vorassets Chaureimshausiast. Daher hat es natürlich hier dringend vers М실k Holland –